Dann hat sie sehr erledigt. Aber ich gehe mal ab 9CT, die Italiener gewinnen werden. Und dann die Euros gegen Costa Rica auch gewinnen. Somit fahrt die Englieder weiter nach Hause. Elvie, Elke Meiner? Ja, also das Pech, was sie hatten, das wird sich jetzt nicht mehr umkehren. Costa Rica, Italien sind auch zu stark bis jetzt in den Turnieren. Und sie werden sie mit Japan den 3. Platz ausmachen.